Selbstverständlich, Herr Scholz. Ja, Herr Scholz. Herr Scholz, das ist doch Ehrensache. Ja, mach ich. Ich bin schon vor Ort. Ja, Herr Scholz. Ja, aber natürlich. Mach ich. Freundschaft. Ja, Ende. Ja. Herr Scholz, ich muss jetzt Propaganda her. Ist in Ordnung. Mach ich. Tschüss, Jens. Ach, Freunde. Ja, Entschuldigung, das war jetzt eben eine missliche Situation. Der Herr Schohl hat gerade angerufen. Z sagt man nicht mehr. Das ist ja Putin-Versteher. Ja, ich bin jetzt hier mal auf Arbeit im Bundestag. Ich habe euch mal mitgenommen, die heiligen Räume. Ja, das mache ich normalerweise nicht. Ja, ich drehe ja normalerweise bei mir ein Büro. Aber es musste heute mal sein. Deswegen seid ihr jetzt mal hier dabei. Ja, es gibt gute Nachrichten, Freunde. Es gibt gute Nachrichten. Und es gibt ein Interview mit dem hier, dingens hier, Martin Renner. Ja, leider auf dem rechten Weg, der Mann. Auf dem rechtsstaatlichen Weg, leider. Und der hat mit dem hier, diesem einen da, dieser andere da, geklaut ist farbig. Die haben ein Gespräch geführt. Gespräch. Die haben zusammen gesprochen. Ja. Und man sagt ja immer, Verständigung kommt von Verstand. Ja. Die haben sich verständigt. Ja. Gut. Und ja, das wird auf WirTube kommen. Ihr könnt es dann sehen auf WirTube. Und ich hoffe, ihr schaut es euch an. WirTube. Der Link hängt hier unter dem Video drunter. Und das ist eigentlich meine Botschaft. Ich habe gar keine Politik heute. Nur mal so die Nachricht. Schaut euch bei WirTube das Gespräch an. Martin Renner. Claudia ist farbig. Und ihr werdet begeistert sein. Ja. Ich drehe die beiden aber noch auf links. Ist klar. Übrigens, die Grünen sitzen jetzt in den Räumen, wo früher die AfD saß. Ja, die haben das okkupiert. Schwieriges Wort habe ich aber gelernt. Aber als Kommunist muss man okkupieren lernen. Das ist wichtig. Das muss man drauf haben. Ja. So. Ja. Das sind die heiligen Hallen. Schön, oder? Ja. Ist ein bisschen frisch hier. Also nicht von der Temperatur, aber so energetisch. Aber egal. Freunde, macht das gut. Euer Robert Götz. Matuschewski. Übrigens, Kameramannfrau ist heute. Martina macht heute die Kamera. Ja. Liebe Grüße. Ah, ja, Martina. Kannst du mal runterfilmen, ja. Ah, ist schön, ja. Aber die Farbe der Stühle gefällt mir nicht. Das müssen wir noch ändern. Die müssen grün werden. Blau geht gar nicht. Geht nicht. Ja.